Berlin, Windstärke 5. Das Haar sitzt. Dreiwetter taft. Ein Ende kann ein Anfang sein. Auch für dich. Viele Sozialdemokraten wählen diesmal CDU. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der neue Psyon Revo das Büro für die Hosentasche zum E-Mailen, Datenspeichern und Termine verwalten. Für nur 849 Mark. Deswegen müssen Sie gucken und Sie können sicher sein, ich gucke auch. Heute Abend, Late Night. London. Umsteigen bei Regen. Die Frisur hält. Dreiwetter taft. Forderte Niedersachsens Ministerpräsident Schröder. Und er hat recht. So gute Konfitüre soll erstmal einer nachmachen. Dann hilft die Große Koalition. Nein. Mutter. Mit der Concorde über den Atlantik. New York. 30 Grad. Die Sonne brennt. Das Haar bleibt geschützt. Mit richtig viel Schaum und Schokoflocken. Ich liebe Schokoflocken. So kräftig, so fleischig, so lecker. Fleisch liefert Mineralstoffe. Wenn Sie davor sitzen, bestimmt. OS2. Das 32-Bit-Betriebssystem. Wer's drin hat, hat mehr drauf. Wenn man nur wüsste, wie. Extra mit Themen, die schockieren. Reportagen, die amüsieren. Und Filmen, die warnen. Das erste Extra des Tages. Aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. Wenn das Jogische Fliegen in sehr großen Gruppen, mehrere hundert, mehrere tausend ausgeübt wird. Zum Beispiel siebentausend für ganz Deutschland. Dann würden dadurch Stresse, Verspannung, Negativität im kollektiven Bewusstsein aller Deutschen abgebaut werden. Und alle hoppen. Ich hasse es. Ich hasse es. Bier, Bier, Bier gefällt, da habe ich ein Bier bestellt. Welche amerikanische Politiker abrillierte 1994 mit seinem Saxophon? Ladies and gentlemen, they hit me track on. Zusammen sind sie die SK Babies. Nichts ist so nöblich. Toyota! Hm, und wie sollen wir der Nachwärter das klar machen? Non c'è, haime, non c'è, l'Italia pensi, non so perchè. Music Instructor. 150 Mark zahlt der partnerlose Mann für den aussichtsreichen Abend. 50 Mark das Pärchen, inklusive Mehrwertsteuer. 15 Mark da Pärchen, Mor